Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lehrvideo zum Thema Kalipometrie. In den nächsten Minuten wollen wir euch zeigen, wie eine Kalipometrie konkret aussieht, was man dabei beachten sollte, damit ihr das Ganze auch später in der Praxis gut umsetzen könnt. Zuallererst klären wir mal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht Handschuhe, Desinfektionsmittel, Tücher zum Reinigen, natürlich ganz wichtig eine geeignete Kalipperzange, ein Maßband, eine Körperwaage, ein Laptop für die entsprechenden Berechnungen und einen Kugelschreiber. Zuallererst ist es wichtig, dass ihr die Körpermasse eures Probanden bestimmt. Dafür lasst ihr ihn auf die Waage steigen und schaut, dass ihr da das Körpergewicht ablesen könnt. Dann ist es noch wichtig, dass ihr die Körperlänge bestimmt, wie hier zum Beispiel ein Rollmessband, um daraus den BMI zu bestimmen. Dann habt ihr schon mal diesen Wert. Für die Berechnung des Körperfettanteils ist es außerdem wichtig, das Geschlecht auszuwählen, was sich in der Regel ja einfach bestimmen lässt. Bei den Kalipperzangen selbst gibt es große Unterschiede. Hier verwenden wir eine sogenannte Harpenten-Kalipper, die so als Goldstandard gilt. Diese Zange wird mit einer Feder gespannt und die Ergebnisse auf einer Skala dargestellt. Alle zwei Zentimeter beginnt die Darstellung erneut. Da sich während der Spannung der Feder der Radius, den diese Feder hat, so ändert, dass ein konstanter Anpressdruck auch bei großen Abständen gewährleistet wird, liegt diese Zange bei etwa 250 bis 300 Euro. Genau das ist bei einfachen und sehr, sehr günstigen bis billigen Plastikzangen ohne Feder deutlich schwerer zu standardisieren. Auch das Ablesen, wie ihr hier seht, ist da sehr schwer und trotz des geringen Preises, teilweise einstellig, sind diese Zangen auf gar keinen Fall zu empfehlen. Bei der Kaloponitee gibt es verschiedene Formen, die teilweise nur zwei oder drei oder vier Hautfalten einschließen. Wir verwenden jetzt hier eine Methode nach sehr, sehr vielen Hautfalten, insgesamt zehn Hautfalten nach Paritzkova 1978. Bevor wir uns aber mit den konkreten Hautfalten beschäftigen und widmen, wollen wir vielleicht vorher noch ein paar grundlegende Dinge klären. Zu allererst ist wichtig, dass die Hygienestandards gewahrt bleiben und dazu werden Hautfalten immer nur mit den entsprechenden Handschuhen gegriffen. Im Sinne der Standardisierung sollte man sich im Vorfeld gut überlegen, an welcher Körperseite gemessen werden soll, denn je nach Sportart gibt es da unterschiedliche Ansätze. Um die Reliabilität zu erhöhen, werden alle Hautfalten jeweils dreimal gemessen und letztlich der Mittelwert bei der Berechnung berücksichtigt. Außerdem sollten alle Anleitungen zur Bestimmung des genauen Messpunkts möglichst genau umgesetzt werden, damit zum Beispiel eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Testleitern gewährleistet ist. Der Griff der Hautfalten erfolgt mit einer pronierten Hand, also so als würde man auf die Uhr schauen und etwa ein bis zwei Zentimeter kranial, also oberhalb des jeweiligen konkreten Messpunkts. Wichtig ist, dass die Hautfalte auch bei der Messung weiterhin festgehalten wird. Die Zange wird dann genau am jeweiligen Punkt angesetzt, losgelassen und nach zwei bis drei Sekunden der Wert auf der Skala abgelesen. Anschließend wird die Zange zuerst wieder geöffnet, dann entfernt und auch die Hautfalte losgelassen. Dieses Prozedere vollzieht sich für jede Hautfalte dreimal. Im Anschluss an die Messung werden die drei Werte in der vorbereiteten Tabelle notiert. Kommen wir nun zu den einzelnen zehn Punkten. Punkt Nummer eins, Cheek. Diese Falte befindet sich zwischen Tragos und Nasenflügel. Dazu legt man das Maßband an beiden Stellen an und bestimmt den Mittelpunkt, der hier bei 5,5 cm liegt. Die Hautfalte wird so gegriffen, dass diese mit der Längsachse des Körpers übereinstimmt. Punkt Nummer zwei, Chin. Diese Falte wird an der Unterseite des Kin gemessen. Dazu wird der Kopf leicht angehoben, sodass die Haut weiterhin locker bleibt. Auch hier erfolgen drei Messungen mit kurzzeitigen Lösen des Griffes. Punkt Nummer drei, Pactoral oder Chest One. Diese Hautfalte liegt in der Linie zwischen der vorderen Axilarfalte und dem Nippel. Allerdings muss hier zwischen Männern und Frauen differenziert werden. Während bei den Männern der Punkt genau in der Mitte liegt, ist dieser bei den Frauen etwas in Richtung Achsel verschoben. Ein Drittel zu zwei Drittel. Diese Falte wird diagonal in Verlaufsrichtung der Linie gegriffen. Punkt Nummer vier, Chest Two. Dieser Punkt wird oberhalb der zehnten Rippe, also direkt darüber, gemessen und zwar auf Höhe der vorderen Axilarlinie. Dazu zählt man einfach von der untersten, in der Regel zwölften Rippe, einfach zwei nach oben und kann den Messpunkt da leicht finden. Gegriffen wird hier auch in Längsrichtung des Körpers und wie überall jeweils dreimal gemessen. Punkt Nummer fünf, Abdomen. Für diesen Punkt und die weiteren Punkte sollten sich die Probanden am besten hinstellen. Am Bauch befindet sich der Punkt drei Zentimeter lateral, also nach außen und ein Zentimeter inferior, also nach unten, wenn wir von diesem Bauchnabel ausgehen. Ganz wichtig ist, dass diese Falte in Längsrichtung des Körpers gegriffen wird. Bei anderen Formeln ist das schon mal anders. Punkt Nummer sechs, Iliac Crest. An der Hüfte wird auf Höhe der mittleren Axilarlinie direkt über der Christa Iliaca, der Oberseite des Hüftknochens, die man bei den meisten sehr gut tasten kann, gegriffen. Die Oberseite des Hüftknochens, die man gut merken kann, davon gehe ich nach oben und die Hautfalte wird dann so gegriffen, dass diese diagonal direkt in der Verlaufsrichtung verläuft. Punkt Nummer sieben, Subskapular. Der siebte Punkt befindet sich am Schulterblatt und zwar unterhalb des untersten Punkts. Von da aus misst man ein Zentimeter nach unten. Diese Hautfalte selbst wird diagonal in etwa 45 Gartwinkel gegriffen. Punkt Nummer acht, Trizeps. Am Trizeps befindet sich der Punkt in der Mitte zwischen dem Akromion, also dem höchsten Punkt des Schulterblatts und dem Olekranon, also dem Ellenbogen. Hierzu legt ihr das Maßband auf der Rückseite des Oberarms an und markiert den Mittelpunkt. Gegriffen wird die Falte so, dass diese mit der Längsrichtung des Arms übereinstimmt. Punkt Nummer neun, Patella. Bei diesem Punkt ist zunächst die Ausgangssituation entscheidend. Wird am rechten Bein gemessen, verlagert der Proband sein Gewicht zunächst auf das linke Bein und stellt den unbelasteten Fußbein des rechten Beins leicht nach hinten auf, sodass das Knie leicht gebeugt ist. Der Messpunkt liegt dann zwei Zentimeter kranial der Patella Oberkante, das heißt zwei Zentimeter nach oben. Punkt Nummer zehn, Proximal Calf. Der letzte Punkt befindet sich in der Nähe der Kniekehle, genauer gesagt fünf Zentimeter unterhalb der Fossa Poplitea. Die Ausgangsposition ist dabei identisch mit dem vorherigen Punkt. Die Hautfalte verläuft dabei in Längsrichtung des Beins. Besonders dieser Punkt ist für viele etwas unangenehm, worauf man im Vorfeld gerne hinweisen sollte. Sind auch die letzten Werte, die wir jetzt hier erhoben haben, eingetragen, sollten automatisch die Berechnungsergebnisse in der Tabelle dargestellt werden. Das betrifft zum einen natürlich den Körperfettanteil in Prozent, die Fettmasse sowie die fettfreie Masse in Kilogramm. Damit habt ihr die 10 Punkte Kalikometrie nach Paul Ritzkova 1978 erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim weiteren Messen und Auswerten. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim nächsten Mal.